Die Firma Simacek ist ein österreichischer Familienbetrieb in dritter Generation und bietet umfangreiche Services im Facility Management an. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Reinigung, Hygiene, Sicherheit und Verpflegung. Mit Maßnahmen zur erfolgreichen Zertifizierung zum Nestor Gold reagiert das Management auf den hohen Anteil an Beschäftigten über 50 Jahre. Die Simacek-Gruppe beschäftigt 7000 Mitarbeiterinnen in ganz Europa. Menschen aus über 30 Nationen arbeiten mit uns. Das bedeutet personelle Vielfalt. Meine tägliche Herausforderung ist der Brückenschlag zwischen der Wirtschaftlichkeit und der sozialen Verantwortung. Motivierte und zufriedene Mitarbeiterinnen sind unser Kapital. Das ist unser Leitmotiv. Wir setzen bei Simacek auf die Stärke unserer personellen Vielfalt. Das bedeutet, dass lebensphasenorientiertes Arbeiten, so auch alters- und altersgerechtes Arbeiten von größter Wichtigkeit für uns sind. Und hier bemühen wir uns, die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen. Zentrales Ziel ist die Vereinbarkeit der persönlichen Lebensumstände mit dem Beruf, die Gesunderhaltung der Beschäftigten und der längere Verbleib im Erwerbsleben. Das Projekt altersgerechtes Arbeiten ist einer von mehreren Ansätzen, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vollzeit im Unternehmen zu halten. Für mich als Betriebsreden ist es wichtig, dass diese Themen in der Firma aufgegriffen werden, da wir doch einen starken Anteil an älteren Arbeitnehmern haben und die das dann motiviert, hier zu arbeiten und länger in dem Unternehmen zu bleiben. Ich habe bei diesem Projekt altersgerechtes Arbeiten mitgewirkt, weil ich selbst ein Betroffener bin. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und die Firma gibt mir die Möglichkeit, weiter Vollzeit zu arbeiten und keine Altersteilzeit anzunehmen. Das Projekt altersgerechtes Arbeiten mitgewirkt, weil ich selbst ein Betroffener bin. 1 drankructose Arbeiten mitgewirkt, weil ich ein Betroffener bin. Vielen Dank.